So, hier zeige ich euch ein Deck von meinem Bruder. Das ist ein Junk Double Synchro Deck. Hierum besynchronisieren. Drei Schnellziehe. Das muss sehr schnell gehen. Dreimal die Igel. Raiko. Zerstörer. Der Doppelkrieger. Zweimal der Verteidiger. Zweimal der Diener. Gehen wir vorwärts. Gibt sehr viel Speed im Deck. Goblinberg. Spielen sehr wenige. Kommt aber sehr gut hier. Leider nur ein Wailer. Ist auch nicht so tragisch. Dennelein. Ein Sanger. Ernste Warnung. BTH. Mirror. Töpfchen. Black Hole. Heavy. Reborn. Sucher. Zwei MST. Zwei Stimmen. Jetzt kommt was, wo die meisten Spieler sagen wollen. Hä? Warum? Spielmarkeneiscreme. Spillmarken haben wir genug auf dem Feld. Der Gegner wundert sich. Wird viel zerstört. Und das Spill kann richtig abgehen. Zu den Synchros. Hat mein Bruder sich so entschieden. Zum einen den. Zum einen den. Spillmarken. Brionic. Darf auch nicht fehlen. Der Bogenschütze. Black Rose. Seine Lieblingskarte. Der Berserker. Ja, das fiedert Hassisch. Wäsch damit. So. Der Zerstörer. Oga Drache der Leere. Auch ein hübscher Helfer. Gachi Gachi. Leviathan. Jeweils zweimal. Der Djinn. Den Namen, den will ich jetzt nicht aussprechen. Das ist so. Egal. Der Djinn. Und hier aus der ganz neuen Booster-Reihe. So. Ich hoffe, ihr habt keine weiteren Fragen. Das war's. Vielen Dank für alles.